So, da sind wir. Wir machen weiter. Wir haben uns hier draus ein bisschen umgesehen und noch nichts gefunden, wie wir hier weiterkommen. Was haben wir im Inventar? Flinte, Messer, Kraut haben wir. Können wir hier irgendwo durch? Von der anderen Seite verschlossen. Hier ging es auch nicht rein, oder? Nee. Es muss doch einen Weg hier lang geben, oder? Hier war doch aber auch verschlossen, oder? Hier war nicht verschlossen. Wir waren einfach zu doof. Hier war gar nicht verschlossen. Oh Gott, das ist so psycho hier. Das waren andere Geräusche. Hier? Ich will da nicht hinein. Ekligen Fischer hier. Genau, hier waren wir auf dem Videoband. Oh, 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 was erwartet uns hier? Können wir da hinein? Ja. Oh, oh, da sind schon wieder solche Fliegen. Wo kommen wir da überhaupt durch? Ich will es gar nicht ausprobieren, eigentlich. Eigentlich will ich das gar nicht ausprobieren. Aha. Das sieht aus wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer. So was ähnliches hatten wir doch schon mal gesehen auf dem Videoband, so eine Art Flammenwerfer. Okay. Sie ist oben. Was? Sie ist oben? Geh was? Geh nicht hoch? Geh nicht hoch, ja. Die Fliegen, da ist hier so eine große. Was passiert? Oh Gott. Boah. Wie willst du denn da durchkommen? Wie soll man da hochkommen? Da kommst du doch gar nicht vorbei. Hey. Die greifen einen da sofort an. Hm. Hier kommen wir auch nicht lang, oder? Nee. Hm. Dahinter sehe ich auch schon diese scheiß Fliegen. Nein. Sag ich doch. Da wird uns unsere Schrotmunition nicht viel bringen. Hm. 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 Oh, er kommt da nicht durch. Wow. Boah, dat wird nichts. Definitiv kommen wir so nicht da durch. Wie wollen wir da vorbei? Ich hab keine Ahnung. Hm. Wo kommen wir denn hier vorbei? Vielleicht, wenn wir schnell sind, ne? Da hinten seh ich wieder eine. Und jetzt renn. Renn, 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 renn. Keiner. Boah. Nein, 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 nein. Wo sind's hin? Wo sind's weg? Boah. Ich geh da besser nicht nochmal hin. Ich geh da besser nicht nochmal hin. Nee, nee. Oh Gott, wie viel Tränke haben wir eigentlich? Zwei, aber unsere Vitalwerte sind auch einigermaßen gut. Wir werden sie gut aufheben. Mann, hab keine Zeit, sich hier groß umzusehen. Das ist furchtbar. Was ist das? Festbrennstoff. Wieso hab ich nicht genug Platz? Flintenmunition. Ich höre doch doch schon wieder irgendwas. Hier ist eine verschlossene Schublade. Warum in Ditterich? Wo sind wir denn jetzt? Weggescheiß. Ekeliges Vieh, du. Wo sind wir hier? Da ist der Dietrich. Den bräuchten wir. Da brauchen wir eine Kurve. Was ist das? Wo sind wir hier? Ich höre hier irgendwas. Boah. Wo ist das? Komm her. Komm her. Erwischt. Aha. Eine Brennerdüse. Wir müssen eine Kiste finden, wo wir unsere Sachen weglegen können. Wir können ja auch nichts irgendwie kombinieren werden. Nichts. Eigentlich rein gar nichts. Nichts, 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 nichts. Das ist nichts viel. Da kommen wir nicht rüber, haben wir gesagt. Also sind wir hier auch falsch. Den Schrank geht nicht ran. Oh, nee. Unsere Vitalwerte sinken. Das ist nicht gut. Da kommst du so nicht rin. Das ist doch Mist. Karte des alten Hauses. Da könnte man mal einen Blick auflöpfen. Ich habe hier etwas Nettes versteckt, finde es, wenn du kannst. Das ist ein Schatzmutter. Ich dachte, das wäre die Karte. Ah, nee, Quatsch. Die Karte können wir so aufnehmen. Im Außenbereich waren wir da. Genau. Also, vielleicht, da kamen wir noch nicht rüber. Zum Keller kommen wir auch noch nicht. Ja, also, da auch hinein. Bitte lass da keine Fliegen sein. Hier sind wir. Nichts im Schrank. Können wir den wieder zumachen? Bitte. Hier sind wir also. Können wir uns auch ins Bild stellen. Klappt das auch? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Jetzt haben wir da. Nicht genug Platz. Flüssige Chemikalien. Gut, 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 gut. Gut zu wissen, dass wir hier sind. Brennergriff. Okay. Brennstoff hatten wir auch schon gefunden. Können wir auch nicht hinunter. Safe room. Ein Safe room. Oh, Alter. Diese Wackelköpfe hier. Ein Rucksack. Wir können mehr Objekte tragen. Das habe ich mir doch so erträumt. Endlich können wir mehr Objekte tragen. Haben wir denn hier noch eigentlich was, was wir mitnehmen könnten. Eine Defekt-Pstole, zwei antike Münzen, die Versorgungskiste, die Verteidigungsmünze. Schatzfoto kann weg eigentlich. Wir haben Schießpulver und wir haben Tränke. Wir könnten uns quasi, wenn wir uns das andere da holen, noch ein bisschen was. An Munition. An Munition. Warum hat er jetzt hier auf einmal passiert hier gerade irgendwas? So, wir gehen da nochmal hin. Machen das mal ganz in Ruck oder fertig und dann speichern wir auch vorher nochmal. So, kombinieren. Was machen wir uns denn? Munition. Munition, einmal. Und einmal Medizin. Jetzt haben wir, glaube ich, auch nur noch einmal Kraut. Das müssen wir nicht mit uns jetzt umherschleppen. Halt. Ah, haben wir dieses Stoff. Nein. F. So. Rind damit. Das Pulver können wir auch erstmal reinmachen. Psychotonicum müssen wir jetzt auch nicht zwangsläufig mit uns umherschleppen. Spaltmittel brauchen wir jetzt auch nicht. Dann, ja, gut. Haben wir ein bisschen Platz gewonnen. Wir speichern. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist dunkel geworden hier aber. Und dann gehen wir wieder hinein. Da haben wir nichts für. Das werden wir jetzt suchen müssen. Hier wird jetzt auch nichts drin sein, denke ich mal. Aber vorhin ja auch nicht. Eine Handtasche. So, den hätten wir. Ich möchte jetzt ungern so viel Munition verschwenden. Das ist ein still scheiß dicker Brummer hier. Letztendlich normal. Da hat sie auch nichts getan. Aber warum kam die auf einmal hier rein? Irgend... Ich höre schon wieder was. Gut. Festbrennstoff haben wir auch eingesammelt. Da kommen wir noch nicht durch. Aber... Die Waffe... Ach, der Dietrich. Lagt er hier um die Ecke? War das hier? Ja. Das war hier. Und hier war, glaube ich, der Rest vom Brennerkopf. Kann das sein? Oder Erich... Scheiß, wie hier. Genau, da ist der Brennerkopf. So, können wir das jetzt kombinieren? Kombinieren mit... Okay, das hat geklappt. Ah, nett. Nettes Spielzeug. Ein sehr nettes Spielzeug. Damit können wir vielleicht diese... Neste ausräuchern. Sagen wir unsere Vital-Zeichen. Wir werden uns mal... Sicherheitshalber was drüber kippen. Ich hab's gewusst. Wo kamen die denn jetzt auf einmal her, bitte? Starke flüssige Chemikalie und flüssige Chemikalie. Das ist doch schon mal sehr schön. Den Dietrich benutzen wir hier gleich. Ja, das ist der Hilfearznei. Okay, die hätten wir auch wieder aufgerüstet. Wunderbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist der Hilfe. Vielen Dank.